Ladies and Gentlemen, heute spielen wir The Last of Us weiter. Nun etwas in eigener Sache. Da ich auf meinem Kanal schon seit längeren Videos produziere und ich komme aus Österreich, möchte ich gerne etwas wissen. Dadurch ich relativ wenig Klicks habe an meinen Videos, möchte ich erfahren, an was das liegt. Ja, wir haben uns in den letzten paar Tagen ein bisschen hingesetzt. Mit einem Kumpel haben sich das YouTube ein bisschen angeschaut und haben sich auch unsere beiden Kanäle angeschaut. Und man muss ehrlich dazu sagen, an was liegt es eigentlich, dass in Österreich wir eigentlich so an YouTube eigentlich, wenn wir Let's Player sind, scheitern. Ich meine, ich habe da so im Schnitt eigentlich bei den Videos eigentlich fast keine Aufrufe. Also ja, ich möchte es wissen, an was das liegt. Bin es ich? Bin ich vielleicht schon zu alt? Ich muss nur eines dazu sagen. Ich spiele mein Leben gern Computerspieler. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange ich eigentlich spiele. Ich bin aufgewachsen eigentlich mit einem Nintendo in den 80er Jahren, muss man sich mal vorstellen, in den 80er Jahren, mit dem Broadcasten von 64 und 2000 Amiga und 500er und Commentare 64 Broadcasten. Mit dem ersten Pentium. Also ich spiele mein Leben gern Spiele. Vielleicht kann es sein, dass ich vielleicht ein bisschen wenig rede, weil für mich jetzt mit 41 Jahren ist das vielleicht für mich jetzt schon so eine Selbstverständlichkeit, manche Spiele. Man muss aber eines bedenken. Ich und mein Kumpel haben sich am Wochenende so an YouTube einmal genauer angeschaut. Da gibt es Let's Player, die sagen überhaupt nichts. Die zeigen nur das Video aus dem englischen Bereich zum Beispiel. Die zeigen nur das Video zum Beispiel Dragula. Dragula. Der zeigt nur das Video Dragula und aus. Das geht eine halbe Stunde. Der tut noch mit der Maus hin und her wacheln, aber hat 10.000 Aufrufe. Ja, 10.000. Ja, da gibt es im deutschen Bereich genauso auch. Der zeigt nur die Videos zum Beispiel. Pff, weiß ich jetzt nicht. Irgendein Video fachelt mit der Maus umeinander. Und das war es eine halbe Stunde. Ja, pff. Okay. Dann brauch ich kein Let's Play machen, wenn ich das nur aufnehme und das Spiel mache. Ja, weil das ist... Warte halt. Auch sage und schreibe 7.000 Klicks. Ich meine, vielleicht liegt das an mir, dadurch, dass ich 41 Jahre alt bin, und viele sagen, naja, was will der Opa? Will der uns noch was beweisen? Leute, ich will nichts und niemanden mehr was beweisen. Bitte, ich mache Videos, weil es mir Spaß macht. Ja, weil mir ein Kumpel gesagt hat, geh auf YouTube, mach Let's Play's. Ja, ich will überhaupt da nichts machen. Ja, also irgendwen was beweisen. Ich will nicht zum Entertainer werden. Ich will nicht zum Showstar werden. Ich will nichts erreichen hier. Ja, ich meine, ich bin jetzt seit kurzem sogar bei einem Netzwerk dabei, bei Freedom, und ich hätte sogar das Angebot von DGN Deutschland, DGN Deutschland, ins Netzwerk zu gehen. Also DGN Deutschland würde mich auch nehmen, wenn ich Freedom über den Jordan haue. Ja. nur habe ich gesehen, dass mit als ich ins Netzwerk eingetreten bin, genauso wenig war wie vorher noch. Es ist zwar geldmäßig mehr geworden, ja, geldmäßig, aber pff, das interessiert mich ja nicht. Aufrufe auch nicht deswegen, und auch nicht an die Klicks. Ja, also irgendwo muss happen in Österreich. Oder hat auch ein Österreicher auf YouTube einfach keine Chance. Ja. Weil die Großen wie Gronkh und Sarasa einfach den Kleinen keine Chance lassen. Ich meine, das Last of Us hat der Gronkh und der Sarasa wahrscheinlich einer von den beiden schon gemacht. Der Sarasa wahrscheinlich. Okay, dann wird es eh uninteressant. Alles, was der Sarasa gemacht hat, okay, dann wird es eh, was der Sarasa gemacht hat, werden die Videos eh uninteressant. Sehe ich ein. Hinter Gronkh für mich sowieso die klare Nummer 2. Also, der Valentin Gronkh, also der Eric, also der Eric ist der Gronkh und der Valentin ist der Sarasa, also der Wal ist sowieso für mich die klare Nummer 2. Hinteren Eric also Gronkh. Also, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. Nur, es gibt einen Bunenländer, der heißt genauso wie ich, Thomas, der kommt aus Burgenland. Burgenland, ich bin aus Niederösterreich und Niederösterreich und Burgenland ist ja eigentlich gleich daneben. Ja, der Karwan ist das, eigentlich der Karwan. Ja, da wundert es mich, aber eigentlich, wie geht das? Ein Burgenländer hat mehr als wir Niederösterreicher. Ich meine, ich bin nicht für, ich will nichts und niemand mehr was beweisen. Ich bin auch nicht zwitter, oder ich bin auch nicht eitel, oder ich bin auch nicht eifersüchtig, dass der mehr hat als ich, Gottes Willen. Ja, ich bedanke mich auch bei den Abonnenten, die ich habe, die bei mir geblieben sind. Na, Gottes Willen heißt, wo kommt man da hin, wo man jetzt mit 41 eifersüchtig ist? Ich meine, wir sind ja in den Kindergarten. Nur, wundert es mich, dass Burgenland Niederösterreich, weil das ist ja gleich daneben, das ist ja gleich um die Ecken, dass der mehr hat. Ja, ich meine, vielleicht sind meine Videos wirklich glockenschrächt. Ich meine, sind sie scheiße, oder sind, ja, das hat der Sarah es auch schon gemacht, und warum tust du das noch, und hin und her, habe ich auch schon gehört, von einigen Freunden. Ja, ich meine, ja, ich meine, ich will einem überhaupt nichts beweisen, dass ich vielleicht besser bin, als wer. Ich habe es schon gesagt, ich spiele mein Leben gern, seit über 31 Jahren, seit meinem zehnten Lebensjahr, oder noch früher, ja, also aus den 80er Jahren, ja, also, pff, ich habe schon Spiele gespielt, da war wahrscheinlich der Sarah und der Kran noch in die Windel geschissen, aber, lassen wir das, ja, ich meine, da haben die beiden noch wahrscheinlich, Entschuldigung, einen Milchtrag der Mutter gezogen, also, oder haben sie noch in die Windel geschissen, habe ich schon gespielt, also, ich meine, wenn ich jetzt wen was beweisen würde, ja, also, weil ich doch um etliches älter bin, als wie die beiden Herren, ja, also, sagen wir mal so, jetzt muss ich was trinken, habe ich einen Tusch gekriegt, aber, ich will schon ganz gern wissen, an was liegt, also, ist YouTube, ist wirklich die Senderreichweite, ja, ist an einem Kanal, an einem Design, oder, pff, liegt es an mir, oder, sagen, okay, mit 41 Jahren, was will der Opa, oder was, was will der alte Knacker, und, bla bla, geht immer nicht, dann machen wir was anderes, dann wird ich in Zukunft nichts mehr, nur mal ein Video machen, so wie manche andere, nichts mehr reden, eine halbe Stunde Video machen, brauche ich nichts reden, ja, und aus, passt er, ja, na, werde ich nicht machen, ich meine, bleib mal vernünftig, ich will nur wissen, an was wirklich liegt, ja, weil, pff, wie gesagt, Bugland, Niederösterreich, ist um die Ecke, der K-Wahn hat, über 3.500 Abos, äh, klar, 3.500 Videos, glaube ich, und über, pff, weiß ich nicht, 80.000, oder 100.000 Abos, oder 200, weiß ich jetzt nicht, das kann es nicht sein, ja, ich bin jetzt in einem Netzwerk, ja, da geht auch nicht viel weiter, mit Freedom, ja, ich habe das Gefühl, wenn ich mit DGN, Deutschland was mache, kann es auch, dass es von heute auf morgen natürlich besser ist, ja, oder ist mir in Österreich wirklich der letzte Dreck, ich meine, Entschuldigung, der letzte Dreck, ja, es ist so, ich meine, ich sage es jetzt einmal ganz deutlich, wie es ist, oder, soll ich gleich sagen dazu, äh, YouTube, Österreich, danke, brauchen wir nicht, aus, NDR in Deutschland sind eh 5 Millionen, Let's Player, was braucht es, da kann ein Mickey Mouse Österreicher dann auch mitmachen, ist ja kein Thema nicht, ich kann nicht damit leben, Freunde, ja, ich meine, ich kann nicht damit leben, wenn ich sage, wenn sie sagt, ich bin ein Mickey Mouse, Mickey Mouse, äh, Let's Player, na gut, okay, dann bin ich ein Mickey Mouse Let's Player, ich kann damit leben, ich kann damit noch in den Spiegel schauen, jawohl, ich habe es erreicht, ich bin ein Mickey Mouse Let's Player, ja, okay, kein Thema nicht, aber, dass es überhaupt nichts geht, ja, ich will schon wissen, liegt es an YouTube, weil viele haben das Gefühl, wir sind abgeschottet, von YouTube, ja, abgeschottet, und wo liegt da die Schmäh, ja, weil viele meine Kumpel haben auch angefangen, haben auch schon weitaus mehr Videos als wie ich, über 2000, und da geht überhaupt nichts, ja, ich meine, 2000 Videos, hallo, ich meine, da muss schon was gehen, versteht's, 2000 Videos, nicht hallo, also, also, schreibt es das bitte in die Kommentare einmal, mich würde mal das interessieren, okay, also dann, spüren wir das, lasst es fast, dann weiter, okay, ciao, pff, und damit manrad, ! bisone,